Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Sarah und ich gehen heute einen vergessenen Wanderweg und zwar den Oberwürzbacher Hasenweg. Diese Wanderung hat etwa 9 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie diese Tour so ist, dann kommt mit. Guten Morgen, guten Morgen. 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 Super. Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt sind es noch etwa zwei Kilometer und dann sind wir auch schon wieder im Auto. Es war eine schöne, winterliche Wanderung. Ohne...